Eine Woche voller Videoblogs geht zu Ende und zwar mit Bereich Nummer 5, Bereich Operations. Ein neuer Bereich, den es bisher nicht gab, mit einem Gesicht, das es auch noch nicht so lange gibt in unserer Kirche, Mr. Matze Weber. Dieser Bereich wird neue Wege gehen, um vielen, vielen Menschen in unserem Land zu ermöglichen, Gott kennenzulernen und neu zu erleben. Ich freue mich daraus, dass Matze euch mit reinnehmen wird in neue Gedanken dieses Bereiches. Herzlich Willkommen, mein Name ist Matze Weber und ich leite im Bereich Operations hier am ICF München. Operations, das heißt Finanzen, unsere Office World und Marketing. Finanzen ist klar, ohne Moos nichts los und daher entwickeln wir immer wieder kreative und spannende Sponsoring und Fundraising Konzepte, um unsere Kirche, unsere Events und unsere sozialen Projekte zu finanzieren. Als Weiterhin gehört natürlich die klassische Buchhaltung und Controlling und Reporting Systeme mit im Bereich der Finanzen. Komm einfach mal rein und schau, wie Gott diese Kirche auch mit finanziellen Wundern immer wieder beschenkt. Ein sehr spannender Bereich. Die Office World, das ist unser kreatives Großraumbüro direkt an der Theresienwiese. Hier kannst du jederzeit mal auf einen Kaffee reinkommen, schnuppe einfach mal rein und erlebe ICF-Lauf unter der Woche. Hier werden so wie wir heute Videos geschnitten, hier werden Songs geschrieben, hier werden Flyer designt, hier werden Camps organisiert, hier werden neue Predigt rein kreiert. Es ist wirklich spannend, hier passiert jeden Tag Neues, hier wird kreativ gearbeitet und schöpferisch gedacht. Der dritte Bereich ist Marketing. Hier entwickeln wir neue Kommunikationskonzepte, neue Werbeideen. Hier machen wir Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und vor allem der Bereich World Wide Web. Das Internet wird verstärkt fokussiert. Hier möchten wir in den Bereichen Social Media, Web 3.0, Facebook, Twitter und Blogging und Co. richtig vorangehen und hier auch definitiv immer am Puls der Zeit bleiben. Ich lade dich ein, einfach hier mit dabei zu sein. Sei es als Anfänger, dann kannst du einiges von uns lernen oder sei es als Profi, dann dürfen wir einiges von dir lernen. ICF Operations, wir machen es möglich, wir machen diesen Traum der Kirche möglich, sei dabei. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.